Willkommen Leute zu nichts anderem als zu der nächsten Folge The Walking Dead. Wir sehen hier schon mal den Titelscreen des nächsten Kapitels, Episode 5, die Zeit wird knapp. Wir starten das schon mal und wir sehen Clementine alleine. Hm, was soll das bedeuten? Wir sind gespannt, was uns in diesem Kapitel erwartet. Jo, Ladebildschirm. At least, sie versuchen das so. Hey, da waren ein paar Batterien in einer dieser Boxen. Hier, du kannst auch ein paar. Aber wir sind in Savannah, und meine Eltern waren in Savannah. Sie bleiben immer in der gleichen Zeit, wenn sie da sind. Die Marshause? Ja, das ist es! Du hast nicht in die Stadt von der Rennung, hast du? Wir müssen gehen! Ja, warum? Clementine? Clementine! Clementine ist weg. Wherever sie ist, ich muss sie finden. Wir haben eine bessere Chance für sie finden, wenn wir alle zusammenkommen sind. Wer ist mit mir? Wir suchen Clementine zusammen. Ja, ja. Was für ein Freund wäre ich, wenn ich nicht da war, für dich jetzt? Clementine? Yo, das geschau bisher. Und ich hab mir wieder zwei was zusammengedichtet. Wenn wir jetzt Ben vielleicht in der letzten Folge nicht fallen lassen hätten, dann wäre Kenny vielleicht nicht bei uns geblieben, stelle ich mir so vor. Vielleicht ist es auch anders, aber ich denke mal, es wäre so. Wo hast du sie genommen? Das ist nicht Vernon. Und du solltest wirklich aufhören, dass Clementine es gut ist. Aber wenn ich dich wäre, dann würde ich meine nächste Worte sehr vorsichtig sein. Bitte, nicht sieh! Sieh sieh? Ich bin derjenige, Leute. Es gibt ein Ozean der Mötigen zwischen dir und ich und sie, und wenn ich mehr für Gott danke für alles, ist das. Verflucht. Ist gut. Ist egal. Nicht so toll. Ja, bestimmt nicht so toll. Scheiße. Jo, wir sind wieder da. Wir müssen... Okay. Christa sichert die Tür ab. Alle sichern die Tür ab. Crazy fuck. Okay. Wir brauchen einen Weg. Kühlräume. Scheiße. Hier nicht. Ja, bestimmt, oder? Müsste doch sein. Theoretisch. Was ist das? Eine Waage? Da, ein Schrank. Vielleicht ist da was drin. Nichts. Scheiße. Okay. Was lag da noch? Okay. Schrank ist da was. Ich prüfe erst noch. Äh. What ist das? Ein Rippenspreizer? Ja. Oh, fuck. Warum? Ich frag lieber nicht, wofür das zu brauchen werden. Da ist wieder nichts. Gut. Scheiße. Wo finden wir was? Kann man da hochgehen? Ja. Okay. Ein Aufzug. Okay. Okay. Sonst noch was? Da ist eine Tür? Nein? Okay. Was ich aber davor noch machen wollte, ist mit den ganzen Leuten reden. War vielleicht nicht so vorderhaft, dass wir gesagt haben, wir fühlen uns nicht so dolle. Wir reden erst mit Christa. Ah, die wollen gar nicht reden. Oh, miet. Kenny? Tür aufmachen? Nein. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ich laufe ja schon. Ich laufe ja schon. Ja, dann müssen wir, gut, dass wir vielleicht den Rippenspreizer gefunden haben, die den Aufzug da aufmachen. Dann wird das erstmal gucken. Ja, lol. Okay. Öffnen. Geht so nicht. Dann den Rippenspreizer. Oh, fuck. Wir fühlen uns nicht so toll. Boah, wo gehen wir hin? Episode 5. Die Zeit wird knapp. Ja, und das merkt man langsam, dass die Zeit knapp wird. What the fuck? What the fuck? Scheiße, wir sind doch noch da. Tun wir es. Äh, von was redet ihr eigentlich? Äh, ich bin genau hier. Let's do this. If there's a chance, it stops you from turning. We have to take it. Jesus. What are you guys talking about? We thought, if we took off the bitten arm, you'd have a shot. I know it's drastic. You think? But what if it works? It might be the only way. Möglich. What do you think? Scheiße, hackt ihn ab. Nein, wir lassen es. Bleibt uns wohl keine andere. Das wird weh. Oh nein. Oh, nee, Alter. Nee, nicht geil. Es ist vorbei, bevor ich es merke. Verflucht. Nicht zu weit oben abtrennen. Wer wird's tun? Kenny macht's. Sie macht's. Aha. Du kannst das. Schnell wäre gut. What the f- Halt. Fuh, aufhören. Oh Gott. Alter, scheiße, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Holy shit. Holy hell. We thought maybe we'd lost you. You've been out a while, man. Wen werden, äh, den werden wir los, Mann. Arm brennt wie Feuer. Was zum Teufel haben wir gemacht? Ja, wir müssen weiter. Ja. Gut. The elevator's open. Let's go. I'll bring up the rear. I don't want to bleed on anyone. Jeez. We're gonna have to go as quiet as possible and see if we can make it to an empty floor or even the roof. You think it's possible for you? Yeah. Keep going. You okay down there? Remember, quiet. It's not a big deal. We're just getting away. Jesus Christ. What? Ah, der Aufzug bewegt sich noch. Glück gehabt. Ja, wer den Film 127 Stunden kennt, ne, äh, 127 Hours. Die meisten haben ja was dagegen, wenn man's auf, auf Deutsch sagt. Da ist ja auch so ne Szene, wo er sich den Arm abtrennt. Und die ist auch nicht gut. Schön. Was los? Pass auf. What? Das war fucking close. Everything okay up there? Just fucking peachy. Ich hab's überhaupt nicht gesehen gerade. Jetzt hoch damit. Oh, oh, oh. Sind wir in einem Klinikum? Egal, da sind trotzdem Zombies. Verdammt viele Zombies. Zu viele Zombies. No help. Hospital. Remember when Savannah was empty? Those Crawford Bastards did one thing right, I guess. There must be thousands of them. They didn't follow us here. Did they? It sure seems like it. That's crazy. They can't track. They just run. Nehmen diesen Dach runter. Vielleicht ergibt sich ja eine Gelegenheit, Clem mit Tennis da draußen. Maybe we can wait for an opening. We could be waiting a long time. Still. Lee's right. And that we gotta pick our time and go. Anybody know how far and in what direction the mansion is? We probably ought to start there. It's between us and River Street. So we can stop if we have to. Retrace our steps maybe. And they get going towards a hotel where Clems' parents were staying. Okay. Look. Let's get our bearings and see if we can figure out a way to make it across town. Good? Good. I... Don't think we can ignore what just happened to Lee. He lost a lot of blood down there. If you find yourself getting winded, or worse, you gotta let us know. Okay, vielleicht ist nur ein wenig Lamsa, äh, scheiß drauf. Okay. Probably just need to go a little slower. And I know we can't afford dead weight, so... Don't treat me like I am. We won't. Now what? We get down and we find a little girl out there. Right, pal? Now, let's get our bearings. Okay. Errungenschaft ins Feuer. Gut. Was gibt's hier? Oh, Miet. Da ist ein Glockenturm. Was ist hier drin? Belltower. That's what's up. Hm, yeah. That could help. Hey. Äh, ich glaub, du bist Clems Liebling. Äh, was macht das Bein? How's the way? It's doing a lot better. Thanks for going into Crawford for me. Even if it wasn't entirely for me. Clementine too. She's tough as hell. Isn't she? Yeah. Don't worry more than you should about her, okay? Okay. Und, was, ich seh mal, ob wir den Glockenturm erreichen können. Und ob wir den Glockenturm erreichen können. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bei The Walking Dead. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal auch an. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.